Musik Die Kunstwerke der Künstlerin Shani Nibi erreichen hier mit ihren schönen, saftigen Farben eine ganz besondere Aufmerksamkeit, speziell im Carousel du Louvre Paris. Der Kontrast zwischen den Gebäuden und den Landschaften hebt hier eine ganz besondere Emotion heraus. Wenn man speziell in diesem Werk eintaucht in die Gefühle, die die Farben hervorrufen, mag man einfach davorstehen und positive Emotionen aus dem Kunstwerk herausziehen. Musik 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 Musik